BUNA SIWA und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge über den Englisch-Rumänisch-Kurs, der hier von mir auf Deutsch moderiert wird, keine Sorge. So, und hier steht wieder was von Adjektiven. Das stand beim letzten Mal auch schon da, aber da kam irgendwas ganz anderes. Ich bin mal gespannt, was heute kommt. Manchmal kommt das Richtige, manchmal kommt was anderes. Das ist verwirrend für mich. Aber okay. So, fermeia, puternica, jeste. Und jetzt, das sind wirklich, ich glaube, das ist jetzt wirklich das Kapitel Adjektive, denn hier geht es um ein Adjektiv, denn es geht um die richtige Form für rapid. Und, ganz einfach, Adjektive werden immer so angepasst, haben dann die gleiche Form. Man sagt im Fachbegriff kongruieren, ja, das heißt im Endeffekt, dass sie die gleiche Form haben, wie das Wort, auf das sie sich beziehen. So, und, genau. Und eine Frau ist, oder die Frau in dem Fall ist das gleiche, ist ein Zahl und weiblich. Und deswegen muss das Adjektiv, also wieder zunehmen, darauf beziehen, auch ein Zahl und weiblich sein. Und das sehe ich hier nur bei der Nummer 3, denn die 1, äh, die 1, oder fangen wir mal bei der 2 an. Die 2 ist ein Zahl und männlich, ja, die 3 ist ein Zahl und weiblich, die 4 ist mehr Zahl und männlich, und die 1 ist mehr Zahl und weiblich. Das ist, wenn man jetzt noch nicht so viel damit zu tun hat, kommt das vielleicht ein bisschen, ist das vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Aber man kriegt ein Gefühl dafür, oder man lernt die Formen und es geht, ist es nicht so wahnsinnig schwierig. Also, es gibt zwar immer wieder mal, also genau, der Satz heißt übrigens, die starke Frau ist schnell. Es gibt vielleicht immer wieder mal ein paar Sonderformen, die ein bisschen verwirrend sind, aber mit Übung kriegt man das auch hin. Ich meine, die Rumänen haben ja auch gelernt, ihre Sprache zu sprechen, ne? Und wir Deutschen haben ja auch gelernt, unsere Sprache zu sprechen. So, ähm, okay, Moment, Moment, ich glaube, dass, genau, wir, wir sind Mädchen, wir sind keine Mädchen, hm, wir sind Mädchen Schnelle. Also, natürlich setzt man im Deutschen die Attraktive vor, das Wort, aber im Rumänischen macht man das dahinter. Es ist halt, ja, so eine Eigenheit, auch von den Römern sozusagen, oder von allen, die davon abstammen, die machen das gerne. Sie die Attraktive dahinter setzen. Ähm, die Araber machen es übrigens auch. Fällt mir gerade ein, ich lerne ja auch momentan Arabisch. Ähm, gut. Ähm, jetzt geht's darum, die richtige Form zu finden, und zwar haben wir hier Mehrzahl und Weiblich. So, und man sieht schon eine Rapide, ja, und eigentlich die gleiche Ändung haben wir hier auch. Wenn wir nochmal durchgehen, Ändschät ist männlich und, also Einzahl männlich, Ändschärte, also die Vier, ist, äh, Einzahl und Weiblich. Ändschät ist, äh, Mehrzahl und Männlich. Und die Zwei Ändschätte ist, äh, Mehrzahl und Weiblich. Genau. Und Mädchen, mehrere Mädchen sind Mehrzahl und Weiblich, deswegen müssen wir die passende Form dafür nehmen. Also, heißt der Satz übersetzt, wir sind keine lang, oder wir sind nicht, wir sind keine langsamen Mädchen. Ein Chat heißt langsam. Äh, wir sind schnelle Mädchen. Ja, ist dann der zweite, zweite Teilsatz. Ach, ne. Oh mein, gut. Haben. Wieso hab ich gesagt sein? Es ist haben. A-Wer, A-Wer, es heißt haben. Sorry, hab ich grad. War, keine Ahnung, stand ich grad auf dem Schlauch. Und zwar, ah, ja, 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 ja. Ich hab komplett, haha, das, das hab ich grad komplett durchgeworfen. Ähm, also, also nicht das, worum es eigentlich geht, sondern nur der Anfang. Ähm, ich habe. Am heißt ich habe. Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß auch, ich kann auch erklären, warum ich durcheinander gekommen bin. Ähm, weil es gibt, also es ist jetzt vielleicht, es ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber die Gelegenheit bietet sich mir, mich zu rechtfertigen. Und zwar gibt es nämlich, äh, wenn man eine Vergangenheitsform bildet, das Perfekt, da gibt es ein, ein, dann gibt es ein Hilfsverb, das sieht genauso aus wie dieses Wort. Und das ist nämlich auch im Zusammenhang mit wir, sieht das nämlich genauso aus, ja. Und, ähm, das kann man dann wiederum je nach Zusammenhang übersetzen als wir haben, äh, oder wir sind, je nachdem, was es ist. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich grad durcheinander gekommen. Aber, also gut, das ist nicht weiter wichtig. Ich wollte mich nur rechtfertigen. Ähm, ushorschi in chat, oder was? U-schor-schi-in-chat. Einfach und langsam, wenn ich das richtig verstanden habe. Ushorschi in chat. Genau. Mehr steht da auch nicht. Also, oder mehr sagt sie auch nicht. Einfach und langsam. Ushorschi in chat. Ich schicke das mal ab. Passt alles, okay. Ah, okay. Ähm, genau, ushors kann ich nur den Schwierigkeitsgrad bezeichnen. Äh, einfach oder leicht, sondern auch das Gewicht leicht, so wie man hier in dem Satz sieht. Und, äh, gras heißt eben dick, fett, wie auch immer. Äh, also heißt dieser Satz, you sunt gras, ich bin dick, ich bin fett, wie auch immer. Äh, sie und, und, äh, nu sunt, ushors, ich bin nicht. Also das, you, das Wort für ich, muss man nicht unbedingt benutzen. Hier fehlt es zum Beispiel. Dafür steht das Wort nu, für die Verneinung da. Nu sunt, ich bin nicht. Ushors, leicht. O, vacă, grasă și un calzlab. O, vacă. O, vacă. Was ist grasă? O, vacă, grasă și un calzlab. Și, un, irgendwas mit slab. Das andere Wort, glaube ich, mir gerade nicht so sicher. O, vacă, grasă și un calzlab. Ich glaube, ich müsste das langsam anhören. O, vacă, grasă și un calzlab. Ah, okay. Gut. Ähm, grasă hatten wir ja vorhin schon. Das war ja dick. Ne? Und vacă, vielleicht kennt jemand das französische Wort wasch. Wird fast genauso geschrieben. Das heißt zum Beispiel, cu. Vielleicht gibt es das auch noch in anderen Sprachen, so ähnlich. Ähm, und krall, heißt fährt. Und das erinnert mich an zum Beispiel das französische Wort cheval. Sieht nämlich so ähnlich aus, wie cal. Genau, und slab heißt, ähm, da weiß ich nicht, wo es herkommt, aber slab heißt dünn, würde ich sagen. Oder schwach. Eins von beiden. Vielleicht auch beides, kann ja auch sein. Äh, ein dünnes Pferd. Okay. Gut. Eine fette Kuh und ein dünnes Pferd. Sunti goisara. Sunt. Okay, da bin ich mir grad nicht so sicher, was sie da gesagt hat. Sunt. Goi. Sără. Goi? Okay, Moment. Sără. Ich bin mir grad nicht sicher, was sie gesagt hat. Okay, das mit dem Ende mit Sără am Abend, das hat mir schon fast gedacht, dass es das bedeutet. Ich wusste nur nicht, wie man es schreibt. Ob man das jetzt mit Ö oder mit A schreibt. Ich habe es mit Ö geschrieben, wird aber mit A geschrieben. Aber Goi? Goi heißt leer. Das wusste ich noch gar nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, das Wort schon mal gesehen zu haben. Sie sind leer am Abend, heißt dieser Satz. Also das kann man übersetzen wie das deutsche Wort abends. Sără. Ungefähr so funktioniert das Wort auch. Sie sind leer. Abends. Sără, zum Beispiel im Italienischen auch Sără, heißt auch Abend. Noi avem un Prinz inglesesc. Okay. Neu heißt wir, nicht zu wechseln mit nu, was eine Verneinung ist. Das passiert mir immer wieder mal. Neu heißt wir. Und avem, das ist die A-A-Wer-Form von wir. Und am ist die von ich. Das war ein Fehler, den ich bei Ihnen gemacht habe. Bei einem anderen, in einer anderen Situation, also bei einem Hilfsverb, mit einem ganz anderen grammatischen Thema, was ich jetzt noch gar nicht besprochen habe, dann sieht das ein bisschen anders aus. Aber hier ist es erstmal so, avem heißt wir haben. Und Prinz heißt ein Frühstück. Und englesesc, englisch. Also, wir haben ein englisches Frühstück. We have an English breakfast. Ach, schade. Das ist ja... Ich habe ein Mic-Déjeune verwechselt mit Prinz. Prinz des Mittagessen. Mic-Déjeune. Ist das Frühstück. Zum Mic-Déjeune kann ich nämlich auch sagen, das ist genau wie das französische Petit-Déjeuner, weil Mic klein heißt und Petit auch und Déjeune und Déjeuner ist ja fast das Gleiche. Und das habe ich gerade nicht auf dem Schirm gehabt und deswegen habe ich gedacht, das wäre das Wort für Frühstück. Es ist aber das Wort für Mittagessen. Es könnte auch sein, dass es an dem an dem Wort Englisch liegt, weil die Engländer ja so berühmt sind für ihr Frühstück. Weniger für ihr Mittagessen. Deswegen habe ich das gerade gedacht. Das ergibt sehr viel Sinn. Ärgerlich. Noi suntem rapizi. Rapizi. Weißt du, dann erklärt man auch noch so viel darüber und dann stellt man fest, dass es Blödsinn ist und dass man den Leuten gerade Blödsinn erzählt hat. Aber gut, in den meisten Fällen stimmt das ja, was ich erzähle. Noi suntem rapizi. Und wenn es nicht stimmt, dann werde ich wenigstens von Duolingo aufgeklärt und kann mich rechtfertigen. Wir sind schnell, heißt das. Ich habe ja vorhin die Form aufgezeigt von dem Wort rapid und bei männlich Mehrzahl, was hier der Fall ist, ist es eben rapizi. Also wir sind schnell. We are past. Genau. O insekte jeste rapide. O insekte jeste rapide. Das heißt einfach ein Insekt ist schnell. An Insekt is fast Genau. Un leu. Leo heißt Löwe. Ist ja so recht ähnlich und man hat ziemlich viele Sprachen, in denen das Wort für Löwe irgendwas in der Art ist. Zum Beispiel auch Lion im Englischen. Im Englischen, im Englischen. Zum Beispiel. Also Leo heißt Löwe. Und das Rapid heißt schnell und Puternik heißt stark. Und ja, ein Löwe ist schnell und stark, heißt es jetzt zum Ganzen. Äh, Lion. Hola. Lion is fast and strong. Er hat einen leeren Kühlschrank. Gut, jetzt ist die Frage, was heißt Leer. Das war irgendwas mit Goy, aber Goy wahrscheinlich eine andere Form. Deswegen muss ich gerade mal ein bisschen ausprobieren, weil ich das Wort noch nicht so gut kenne. Äh, er hat Jelare. Das steht schon mal fest. Und jetzt, ähm, und Kühlschrank heißt, äh, Frii, Gider, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt, äh, un, denke ich mal, ein Kühlschrank, der Kühlschrank, weil ich sehe, nichts war, es auf Weiblichkeit Kühlschrankheit hindeutet bei dem Wort Frii, der. Und, äh, jetzt die Frage. Ich tippe mal auf das Wort, dass das Wort Goy heißt, aber das ist nur geraten. Und es ist richtig geraten. Das bin ich erleichtert. Sehr schön. Weil wir hatten ja Goy, ja, und I ist die Form für, ähm, Mehrzahl und Männlich. Jetzt brauchen wir aber Einzahl und Männlich. Und ich habe das einfach so verglichen mit anderen Wörtern, die ich kenne im Rumänischen und dann bei anderen Wörtern war dann ein L am Ende. Deswegen habe ich jetzt auch ein L ans Ende gesetzt und jetzt hat es gepasst. Das, das kriegt man dann mit der Erfahrung irgendwann hin. Also da sieht man, man kriegt ein Gefühl dafür und irgendwann klappt es auch. Ja, ist dein Vater Dulce. Sie ist ein süßes Mädchen, heißt es. Also, Dulce, vielleicht kennt ja jemand Dolce Vita, ne? Heißt ja so was wie süßes Leben, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Äh, das ist halt süß. Genau. Vater ist ein Mädchen und, ja, sie ist ein Mädchen süß. Süßes. Also sie ist ein süßes Mädchen. She is, äh, ja, war ich cute oder sweet? Sag mal. Hm. Ich schreib mal sweet hin. Das ist wahrscheinlich wörtlicher. Genau. Passt auch. Das andere hätte bestimmt auch gepasst. Kann ich mir gut vorstellen. Noi suntem Skunsi-Grasch. Äh, Skunsi. Ähm, hm, was könnte das heißen? Ich bin mir grad nicht sehr sicher. Auf jeden Fall, der Rest heißt, wir sind, dann kommt Skunsi, wo ich mir grad nicht sicher bin, und der Rest ist und dick. Skunsi. Vielleicht ist das irgendwas mit groß oder sowas? Weiß ich jetzt nicht. Ich muss nachgucken. Skunsi. Nee, kurz. Genau, das Gegenteil. Okay. Ich hatte es eher so als Gurt oder sowas im Kopf, aber gut, dann halt nicht. Ich kann mich auch immer irren. Hat man ja schon festgestellt. We are short and fat. Wir sind klein oder, ja, oder kurz, halt klein und dick. Würde man im Deutschen sagen. We are short and fat. We are short and fat. Das klingt für mich wie, wie nach, nach heiß. Weil kalt ist in vielen romanischen Sprachen das Wort für wärme oder hitze. Moment. Kalt. Ja. Sie sind warm. Äh, wäre es dann. Okay. Hatte ich doch richtig vermutet. Ich wusste jetzt nur nicht ob warm oder heiß. They are warm. Sie sind warm. Ja ist eine Frau vermerkatoare. So vermerkatoare? war das attraktiv? Vermekatoare. charmant. Achso, was ähnliches. Äh, beides positiv. Ja, okay, sie ist eine charmante Frau. Heißt das im Endeffekt. Genau. Gut. She is äh, charming. Eine charmante Frau. Woman. Na also wie gesagt, man dreht das eben um im rumänischen, setzt man die Adjektive nach hinten. Ne, eine Frau, eine, eine Frau, ähm, charmante. Und, ja, wir sagen halt eine charmante Frau. So, are we charming or attractive? Okay. Gut, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß wieder, wie das Wort für attraktiv war. Und zwar, äh, erst mal, so Fragesätze kann man im rumänischen wie ganz normale Sätze formulieren. Das geht in vielen romanischen Sprachen, auch im französischen oder so. Dass man einfach einen Aussagesatz nimmt und die Tonmelodie, die man dabei hat, wenn man am Ende hoch geht, dann klingt es wie eine Frage. Und deswegen kann man auch Aussagesätze als Frage benutzen. Ähm, deswegen schreiben wir, wir sind charmant oder attraktiv. Ähm, und das, wir sind, neu, Synthem. So, und jetzt, charmant hatten wir vorhin, ferme, kator, obala, kator, ich habe jetzt mal die männliche Form genommen, oder vielleicht sollte ich auch die weibliche nehmen, das wäre ferme, ferme, aber das kann man hier an der Stelle gar nicht erkennen, was man nehmen sollte. Äh, und, äh, oder heißt es Sau und, äh, attraktiv, das müsste dann attra, getore, oder so ähnlich sein. Ich bin mir jetzt bei den Wörtern nicht ganz sicher, aber so ungefähr müsste es eigentlich sein. Attragetore, okay, ein Buchstabe war ein klein wenig anders, aber abgesehen davon war es richtig. Dann bin ich ja froh, dass ich das nur richtig im Kopf hatte. Die Äpfel sind süß, nicht heiß. Ähm, Apfel, das ist, äh, Mörr, mehrere sind Märe, und die Äpfel müssten Märele sein. Also der L ist dann sozusagen der Artikel die, die Äpfel, also Äpfel die, das ist so die Eigenheit vom Romanischen, dass man das nach hinten setzt, diese, diese, das, der, die, das. So, und jetzt sind, sind, jetzt süß, ähm, und ich, ja, Äpfel sind männlich, wenn mich nicht alles täuscht, deswegen nehmen wir Dulc, für süß, denn das ist so, ich weiß, die männliche Form für, also Mehrzahl männlich, Dulc, wir hatten ja vorhin Dulce, und das war Einzahl und Weiblich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, vielleicht, also, es gibt aber manchmal auch ein paar Sonderregeln bei den Adjektiven, deswegen werden wir jetzt sehen, ob das stimmt oder nicht. Das kann nämlich auch, kann nämlich auch sein, dass es das, dass das Wort wieder so ein Sonderfall ist, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und jetzt nicht, und jetzt heiß. Weiß ich aber nur das Wort, was da vorhin als warm übersetzt wurde, deswegen schreibe ich das hin, Kalsi, und schau mal, was passiert. Ah, okay, dann war es wirklich, Kalsi ist dann wirklich nur für warm reserviert und nicht für heiß. Und für heiß nimmt man ein anderes Wort, was mir interessanterweise aber auch nicht bekannt vorkommt. Ich habe das Gefühl, das hätte ich noch nie gesehen. Jutsi. Okay, aber gut. Ich bin ja hier, um was zu lernen. Jelle nu sunt serate. Der Rest war immerhin richtig. So, serate, was heißt das noch gleich? Meine Güte, meine Vokabelkenntnis hier. Serate. Salzig. Okay. Sare ist Salz soweit. Ich weiß, deswegen passt das dann ganz gut zusammen, wenn das salzig heißt. Serate. Sie sind nicht salzig. Also Jelle nu sind, also nu sind, sind nicht. Das redet man ja auch um. sind nicht salzig. They are not salty. Und falls ich jemand frage, was der Unterschied zwischen Jey, also E-I und Jelle ist, E-L-E. Jey ist für männliche Leute bestimmt und, oder Gegenstände sogar. Und, äh, hier, genau, hier geht es ja um Gegenstände. Und, äh, bei Jelle geht es um Menschen oder Gegenstände, oder was weiß ich, die weiblich sind. Wenn man eine Mischform hat, also wenn man eine Menge aufzählt, die beide Geschlechter hat, dann, äh, also, ne, wenn da sowohl Männer als auch Frauen dabei sind, oder halt Wörter, die eben entsprechend, das entsprechende Geschlecht haben, im Rumänischen, dann nimmt man Jey, die männliche Form. Das ist auch in den anderen romantischen Sprachen so. Sind Sie salzig? Wie gesagt, man kann solche Fragen im Rumänischen auch stellen, indem man einen Aussagesatz macht. Also machen wir aus, sind Sie salzig, machen wir, Sie sind salzig. Und stellen ein Fragezeichen dahin, dass es klingt, Sie sind salzig? Und dann ist es eine Frage. Ähm, okay, Jey, ne, hab ich ja gesagt, das geht auch. Äh, dann, Sarrat, also, ne, sind, erst mal sind, und jetzt Sarrat, und jetzt, äh, wir hatten vorhin Sarrat, das war dann die weibliche Form, und die männliche Form müsste dann sowas sein wie Sarrat. Ich kann mich zwar irren, aber das sagt nur mein Sprachgefühl fürs Rumänische, dass das die männliche Form für die Mehrzahl wäre. Und es stimmt auch. Sag ich ja, das hat man irgendwann drin, wenn man ein bisschen übt. Ich meine, ich lerne jetzt auch noch nicht lang Rumänisch, ich habe jetzt erst, äh, äh, vor, was ist das denn, drei Monaten oder so angefangen. Also, äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann geht's schnell rein, hin, in, 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 sie isst kein englisches Fleisch oder sie isst nicht englisches Fleisch. im Sinne von essen, nicht sein. Okay, ja, ist nicht, ne, das nu kommt davor, anders als im Deutschen. Nicht ist, wäre es dann, also, äh, nu und das, und sie isst heißt ja, me, me, trinke, das erinnere mich immer an das französische Wort manger, sieht nicht so ähnlich aus, ähm, heißt nämlich auch essen. So, und jetzt, äh, englisches Fleisch. Äh, wer Spanisch kennt, der kennt auch dieses Wort, das heißt Fleisch, gerne, und, ähm, jetzt englisch, engle, engle, sesk. Die Frage, wie das mit dem Geschlecht ist bei dem Wort, bin ich mir jetzt nämlich nicht so sicher, aber ich probiere es mal aus, ob das so hinhaut. Es ist weiblich, guck mal hier. Das, äh, habe ich ja schon vermutet, dass das vielleicht, nicht ganz richtig sein könnte, was ich geschrieben habe. Wegen dem, eben, genau wegen dem Geschlecht von Fleisch. In dem Fall. Und, ja, es ist weiblich. Ja, es gibt manchmal so Sachen, die sind ein bisschen schwierig, aber die merkt man sich auch irgendwann. So, und jetzt, der Satz, den ich vorhin falsch gemacht habe, es ist natürlich, es ist nur, weil es Englisch ist, es ist kein Frühstück, sondern Prinz ist das Wort für Mittagessen. Das ist mir vorhin, bin ich vorhin durcheinander gekommen, weil ich bei Englisch sofort an Frühstück, denke. So, wir haben ein englisches Mittagessen. We have an English lunch. So, die Äpfel sind süß, nicht heiß. Okay, das hatten wir vorhin auch fast richtig, ich wusste nur das Wort für heiß nicht. Also, Merele, Mere sind also, wie gesagt, Mere ist Apfel, Mere, Äpfel, und die Äpfel, Mere, Le, also Äpfel, die, sozusagen. So, sind, sind, jetzt süß, Äpfel sind männlich im Rumänischen, im Deutschen auch, das ist nicht anders. Also, hier, Dulc ist die männliche Form, also Mehrzahl männlich, und, äh, nicht, Nu, und heiß, äh, Juz, auch die entsprechende Form dafür. Und jetzt stimmt's. So, und jetzt der Satz noch, dann sind wir anscheinend durch. Ja, Nu, Mö, Nöng, Mönenke, Karne, und jetzt habe ich festgestellt, Karne ist weiblich, deswegen müssen wir auch die weibliche Form von Englisch nehmen, weil das ist ja, weil man das ja aufeinander abstimmen muss. Engle, Sers, Serske, war dann das Wort, wenn mich nicht alles täuscht, für weiblich, englisch englische englische die englische fleisch so zu sagen und es passt gut und damit hätten wir das heute auch wieder geschafft na braucht dann einen moment um das zu übertragen was wir geschafft haben und damit hätten wir jetzt auch tatsächlich die additive gestärkt damit bedanke ich mich fürs zu sehen zuschauen mitdenken und falls jemand anmerkungen hat ne lieben gerne die kommentare damit oder fragen weil ich da gerne darauf eingehen würde gut dann bis zum nächsten mal la revedere danke fürs ertragen des videos für heute kannst du mir bitte sagen ob dich das filmchen freut daumen hoch und runter die stehen dafür bereit und kommis machen munter die lese ich jederzeit kommst du zu der entscheidung du willst da mehr von sehen dann kannst du zur beschreibung und zum abo button gehen und fandest du es scheiße war's deine war der qual ansonsten gute reise und bis zum nächsten mal über in da bei da bei da bei bei da bei 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 Vielen Dank.